So, alles klar. Björnsen1 meldet sich zurück hier. Zockt Far Cry 4. Wir haben hier unsere erste Propaganda-Mission, Freunde. Und in der letzten Runde sind wir gestorben. Ich, ähm... Ich wundere mich gerade über mich selber, dass ich mir... dass ich Pfeile und Bogen nicht mitgenommen habe. Was ich eigentlich machen wollte. So, da kommen sie alle. Ich denke, das ist hier ziemlich suboptimal, dieser Zaun. Da der wahrscheinlich nichts aushält. Und man sieht, hier ist nur eine Plane vor. So. Ach, ey. Ja, ja, ja. Das war ein sehr gutes Gameplay. Man sieht's. So. Nachladen. Komm. Zack, zack. Und rein da. Wir haben hier alle Schuss durch ihre Westen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, den haben wir platt gemacht. Alles klar. Da kommen noch mehr. Los, wo sind sie? Da hinten. So, Kopfschuss. Attacke, fertig. So, war's das, oder? Nachladen. Wir haben ja auf jeden Fall eine richtig gute... richtig gute Ecke gehabt. Guter Schutz. Ja, Freund, ist wirklich das A und O hier. Man braucht definitiv... keine Opiumpfeile. Man braucht... Man braucht immer eine Deckung. Immer eine Deckung. Man darf nicht... so sinnlos ins offene Messer laufen. Was mir schon das ein oder andere Mal passiert ist. So, Beutetasche fast voll. Okay. Ja, okay. Die müssen wir also in die Luft sprengen. Ich würde mich hier gerne vorher mal kurz ein bisschen umschauen. Gut, hier haben wir alles in Brand gesteckt. Ist okay. Okay. Also. Guck mal, hier haben wir Munition. Glücklicherweise können wir mehr Munition mitnehmen mittlerweile. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein. Hier die zwei toten Kollegen. Mal ihn durchsuchen. Pager. Ja, klasse. Ja, Kaugummi. Wahrscheinlich noch ein... genutztes. So, also. Was brauchen wir? Da hinten die beiden, die müssen auf jeden Fall kaputt gemacht werden. Ja. Unschwer zu erkennen an dem... an dem Blinken. Wir kriegen doch hier überall Munition für... für eine Panzerfaust. Aber ich verstehe nicht. Wenn wir schon... Wurfmesser... Wenn wir die schon bekommen... Wieso? Können wir die dann nicht auswählen? So, reicht das für beide? Oder für keinen? Bäm. Ha, ha, ha. Jawohl. So. Neue Granate. Alles klar. Schnell rein hier. Oben nochmal kurz umschauen. So, klettern. Klettern. Wo denn? Der ist ablos gekommen mit's Neue. Ne. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Wäre aber auch zu einfach gewesen, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ja klar. Dass er am meisten aushält. So. Okay. Da hinten kommen sie. So, wo kommen sie her? Hierher kommen sie. Alles klar. Dann kommt mal rein hier. Hier gibt's ja keinen Hintereingang, oder? Oder doch? Boah. Ha, ha. So, Kopfschuss. Alles klar. Hier unten ist auch nur einer. So, erledigt. Und hier ist nur einer. So, Freundchen. Komm her. Zeig dich. Für den König. Ja, ja. Für deinen Scheißkönig. Ich scheiß auf deinen König, ey. Wo ist denn dein König, ey? Ich bin dein König. So, komm. Ich hab hier sogar noch Zeit. So. So, wo seid ihr denn? Kommt. Der ist hier rechts von mir. Traut sich aber nicht rein. Da. So, einer ist noch am Leben. Den schnappen wir uns hier. Da oben. Ich weiß gar nicht, was der da oben macht, wenn er da oben anvisiert. So. So, ein bisschen Munition noch. Komm, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir was übersehen. Ein weißes Blatt. Alles klar. Also. Hier können wir... Ich weiß gar nicht, ob man da drauf schießen kann. Ah, da hinten ist eine Propan-Gas-Flasche. Also, alles klar. Zack, komm. Ja, das klappt ja gut. Das klappt ja gut. Können wir hier drauf schießen? Ich nehm mal ein bisschen Abstand. Natürlich nicht. So, ähm. Nehme ich mal die Wumme. Granate. Ach, bringt alles nix. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie soll ich das denn hier platt kriegen? So. Okay. Alles klar. Zeigt eh nix an. Alles klar. Weiter geht's hier. So, hier gab's auch manchmal irgendwo Munition. Die müssen wir mitnehmen. Da kommt schon wieder neue. Ah, super. Guck mal, hier wird auch neu gedruckt. Okay. So, jetzt gehen wir mal auf die AK-47. So, gehen hier in Deckung. Die beiden wieder da hinten herkommen. Ach, du Scheiß. Es sind mehr. Es sind ganz viele. Oh. 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 Ja, probier's doch, Freundchen. So. Okay. Hier ist auf jeden Fall gut was los, sag ich euch. Da ist er wieder hier. Messerwerfer. Messerwerfer Joe. Messerwerfer Joe. Ach, du Scheiße. Ey. Fuck. Okay. Wäre auch alles zu easy gewesen. Okay. Der erste Endboss. Alles klar. Alles klar, Freundchen. Ich, auch meine ich, soweit ich das hier sehe, der letzte, der hier aktuell noch am Start ist. Darum geht da. So, was haben wir denn? Keine. Wir haben nichts mehr. Fuck. Okay. So. Kriegen wir ihn überhaupt mit der Kanone down? Wo muss ich ihn denn treffen? Ich denke nicht. Also. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Granate oder ähnliches. Okay. Hier haben wir eine. So. Kurz auswählen. Na, mach schon. Ja, ja. Das werden wir sehen, ob du unbesiegbar bist. Ich hoffe, ich kann deinen Panzer mitnehmen, aber damit wäre ich zu langsam. So. Komm schon rüber. Komm. Wo ist er denn? Kommt jetzt von hinten? So. Ist er weg? Wo ist er? Er ist weg? Jetzt gibt's doch nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Freunde. Warum sehe ich ihn gerade nicht mehr auf der Map? Ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch. Was weiß ich jetzt erstmal mache. Da ist er. Okay. Boah. Du Scheiße. Ja, warum habe ich denn jetzt gerade keine Granate geworfen? So. Wo kommt er raus? Den muss ich doch irgendwie packen können. Das gibt's doch nicht. So. Steuerung. Ja, doch. Ich kann denn kommen. Ich muss. Die Frage ist, wie kann ich dich platt machen, Kollege? Molotow. Habe ich ja alles nichts mehr. Vier Schuss nur noch. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Okay, wir müssen, denke ich, mal kurz eine Planänderung vornehmen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Munition. Definitiv. Ich sehe ihn schon wieder nicht. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Muni. Hier. Ei, 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 ei. Fuck. Fuck. Ja, der ist uns auf jeden Fall überlegen. Okay. Können wir hier... Das hier ist doch Sprengstoff oder sowas. Hier. Kann ich das hier nicht mitnehmen? So, wie kann ich denn nochmal die einzelnen Waffen auswählen? Hier, wie war das nochmal? Null. So. Ah, okay. Alles klar. Äh. Mine legen. Okay. Hör auf. Dann locken wir dich mal an hier. Hier kommst du, Freundchen. Komm her. Dann komm mal her. Bam. Hahaha. Jawohl. Hahaha. Der Plan ist aufgegangen. Ja, sehr gut. Sehr gut. So. Hier haben wir noch zwei. Okay. Gehen wir mal wieder zurück auf die Standard... auf unsere Standard-Wumme. So. Und die würde ich gerne tauschen gegen die AK... Die AK-47. Ich brauche ihn nicht wirklich. So. Ja, fett. Also das ist mal eine Wumme, Freunde. So, jetzt gibst du mir noch ein bisschen Panzer. Wehe. Du hast jetzt nur so einen Scheiß bei dir. Ach, komm mal auf. Nur so einen Schrott. Echt. So, er ist hier auch. Sehr gut. Eine Plastiktüte. So, Granaten, Munition. Okay. Weißt du, jetzt finden wir den ganzen Scheiß. Jetzt finden wir die Munition und alles. Jetzt muss ich nicht mehr gebrauchen können. Also hier. Einmal platt machen, bitte. So. Hier ist noch mehr. Der Rechner ist schon kaputt. Ja, das war unser erster richtiger Gegner. Ähm. Ach, nee. Da kommen noch mehr. Gut, wahrscheinlich sind wir zu langsam. Vermute ich. Dass sobald wir fertig sind, dass dann das Ding durch ist. So. Alles klar. Oder auch nicht. Wir müssen sehen. Okay. So. Alles klar. Der Nächste. Komm her. Da kommen noch mehr. Da kommt noch so einer. Ey. Leck am Arsch. Echt. Und jetzt lädt der hier so lange nach. Okay. Ja. Okay. Hier sind noch mehr. Ho, ho, ho. Alles klar. Also. Ich kann es den da mal im Platt machen. So. Position halten. Ja, ja. Okay. Äh. Da vorne ist er. Granate. Nein. Scheiße. Was macht der denn? Komm. Zieh es raus. Jetzt trifft der nicht. Komm. Echt. Ich habe hier eh kaum Schuss. Mann, 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 Mann. So. Lauf. So. Wir brauchen wieder Minen. Ähm. Würde ich aber gerne erst gleich machen, sobald ich hier alles gesäubert habe. Ja, ja. Komm. Du kannst mir nicht entkommen. So. Ich würde gerne erst mal wieder alles säubern. Okay. Um anschließend dann mich um den großen Kollegen zu kümmern. Naja, du hast mich verloren, Junge. Du wirst mich wiedersehen. Das schwöre ich dir. Aber dann, wenn es für dich vorbei ist. Das ist auch so gepanzert. Das gibt es doch nicht. So. So. Jetzt haben wir nur noch den einen Kollegen. Also. So. Einmal kurz hier. Auswählen. Ich seh' nicht da. So. Wo ist er denn? Ist er da draußen oder wo ist er? Ach du Schamme. Ne, es ist die Sonne. Und jetzt verrecken wir. So. 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 Weißt du was? Ich scheiße jetzt auf den Typen. Ich mach' mir mal lieber das eine. Das eine Propaganda-Bild. Was hier irgendwo noch fehlt. Ich mach' ich jetzt mal eben platt. So. Hier unten hatten wir alles, meine ich. Naja, das ist alles erledigt. So. Den Typen seh' ich auch nirgendwo. Aber ein bisschen fehlt uns noch, Mensch. Darf doch nicht wahr sein. So. Hier oben. Haben wir doch alles zerstört? Oder müssen wir echt den einen Vogel noch platt machen? Ich hab' keine Ahnung. Irgendwas fehlt uns. Nicht, dass der uns hier gleich in den Rücken schießt. So. Mal kurz nachladen unterwegs. Ja, was haben wir vergessen? Wir haben... Wir haben... ...eine Kleinigkeit vergessen, verdammt. Hier draußen irgendein Fahrzeug? Ja, guck dir mal den Fuhrpark an hier. So, nochmal. Gehen wir jetzt nochmal wirklich... ...von vorne durch. Also. Das hier haben wir alles zerstört. Hier ist soweit nichts mehr. Ne. Hier ist soweit alles platt gemacht. Oder hängt es hier irgendwo noch so ein blödes Plakat, was wir jetzt vergessen haben. Okay, ich geh jetzt mal hier hoch. Wird uns auch angezeigt. Mal schauen, ob hier oben noch irgendwas ist. Ne. Tja, was fehlt denn? So, gehen wir mal kurz auf die Map. Ob uns hier irgendwas angezeigt wird. Ne, hier wird uns nichts angezeigt. So, wieder raus. Okay, also das ist alles kaputt. Er ist platt. Hier haben wir eine... ...Gasflasche. Die haben wir nicht gebraucht. Wo wir die natürlich hätten anzünden können, wäre nicht schlecht gewesen. So, also unten ist auch alles safe. Gehen wir mal kurz hoch. So, hier oben. Haben wir auch soweit alles zerstört. Aber hier läuft da noch irgendwo irgendein Radio. Warte mal. Hier. Nee, das ist es auch nicht. Ey. So. Oder haben wir da hinten noch irgendwo was drin? Bestimmt, ne? Mal gucken, ob wir da rein können. Nein. Ach. Irgendwo haben wir etwas übersehen. Irgendwo haben wir etwas vergessen. Können wir von hinten das Gebäude rein? So, hier ist schon mal eine Tür. Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Können wir von der Seite in das Gebäude? So, mal schauen. Auch nicht. Was sagt er denn? 47 Meter da hoch. Okay. Okay, dann wird es wahrscheinlich da oben weitergehen. Hat es mir gerade angezeigt. 47 Meter in diese Richtung. Das muss also irgendwo hier oben. Muss noch was sein. Ich meinte, er bestimmt diesen Funkmast hier. So. Jawohl. Also, haben wir. Haben wir nicht. So, Attacke und drauf, ne? Bam! Bam! Boah! Hahaha! So, jetzt sind wir fast nur erschlagen worden. Meine Freunde, das war mal Action. Vor allem auch mal richtige Gegner dabei. So, Erfolg. Ja, Mission erledigt. Ich freue mich. Und ich freue mich noch mehr, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Feuer, Björn Sennheins.